Musik Ich lege in der Zeitkontrolle. Ich greife diesen Arm an. Ich lege mir den Arm so hin, wie als wollte der Partner winkeln. Greife von oben auf sein Handgelenk und mit der anderen Hand unter seinem Ellenbogen auf mein eigenes Handgelenk. Nun bringe ich seinen Ellenbogen zu seiner Rippe und führe einen Halbkreis mit seinem Daumen aus. Auf dem Boden. Nun möchte er verteidigen und schreckt den Arm. Ich folge dem Arm und lasse meinen Dreiecksgriff bestehen, rutsche mit meinem Körper etwas nach oben und muss nun seinen kompletten Arm so drehen, dass sein Daumen nach oben zeigt. Mein Unterarm befindet sich genau unter dem Ellenbogengelenk. Nun bringe ich das Ellenbogengelenk nach oben und seine Hand nach unten und führe damit einen Armstreckhebel aus. Noch einmal. Griff und runter durch. Dreieckgriff eng in den Hebel. Arm gestreckt. Ich drehe den Arm so, dass ich auch den Hebel durchführen kann. Wunder wird es, aber es wird euerDonald, Die Ge Marcelin wird es, also dass die Handgelenk missionary apertt, weil, die Handgelenkrise ein, delmakkelung gewaltt. Nicht nach oben.